Ach, wie schön dir eine Herzluft ist! Nanu, was ist denn das? Wieso wächst da ein schöner Pils auf der Fahrradrennstrecke? Tatsache! Oh, das war ein Prächtiger! Das ist ja eine Wucht! Mensch, ich glaube, wir müssen mal eine Rennrunde fahren, aber wir haben gar keinen Gegner! Komm, wir schauen mal! Nein! Nanu, ist das nicht mehr an der BMX? Bist du es? Ja! Bist du der Echte? Ja! Nein! Doch! Oh! Los, wir wollen ein Fahrradrennen! Wie die Probe! Na ja, wir sind die Probe! Und let's go! Gutes Rennen, mein Freund! Gutes Gelingen! Oh, was hast du da für ein cooles Spiel? Na, das ist die YouTube-Seite von Leander BMX! Ah, davon habe ich schon mal gehört! Ich habe gerade mal abgecheckt, ob er schon die 700 erreicht hat, aber Nanu, schon 709! Tatsache! Mensch, guckt euch das mal an! Ich glaube, wir haben bald die 1000 erreicht! Hey! Hey! Erstmal viel Glück für das Rennen! Danke! Und, ähm, ich gratuliere, ähm, Gratulation zu deinen 709 Abonnenten! Danke! Danke, mein Freund! Oh Mensch! Es hat sich gerade auf 710 verstärkert! So ein Zufall! High Five! Na gut! Ähm, ja! Ja! Let's start! Da ist der Start! Und Jannis übernimmt die Führung! Bennett und Leander knapp hinterher! Schön um die Kurve getürftet! Leander knapp hinterher! Und danach Bennett! Jannis fällt! Nein! Leander konnte sich noch gerade so retten! Und Bennett knapp hinterher! Bennett gibt Leander einen Blockpass, er fällt! Schafft Leander jetzt noch hinterher zu kommen! Bennett und Jannis und ein Sturz! Ah, er zieht vorbei und übernimmt die Führung! Und da kommt auch schon die Ziellinie und er hat gewonnen! Leander! Win! Das war so toll! Ja, war echt richtig gut! Aber ich muss jetzt leider nach Hause! Gibt Essen bei mir! Gibt Essen bei mir! Vielleicht kann ich noch was mit essen! Was gibt's denn? Nudeln! Oh! Da oben war noch so ein großer Pilz an der Paradrenstrecke! Ja! Wenn wir den jetzt noch abrasieren! Und wenn die Nudeln schneiden! Das wird schmackhaft! Komm! Ich geh mit zu dir! Ja! Bennett! Willst du auch mit essen bei mir? Nein! Warum nicht? Warum nicht? Ja! Ach, wir sind noch Freunde! Natürlich komme ich mit! Okay, dann lasst uns gehen! Alle ziehen wir nach Hause! Meine Eltern werden sich freuen! Gut! Nicht!